Wer den Begriff Unternehmensberatung hört, denkt oft an große Beratungsunternehmen, die Konzerne betreuen. Die Mehrheit der Unternehmensberatungsunternehmen in Österreich sind jedoch kleine oder Ein-Personen-Unternehmen, die sich auf die vielfältigen Bedürfnisse von Klein- und Kleinstunternehmen spezialisiert haben. Unternehmensberatung auf Augenhöhe für unsere KMUs sozusagen. Mein Name ist Claudia Strohmeier. Ich bin die Sprecherin der Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater der Fachgruppe UBIT der Wirtschaftskammer Wien und selbst Unternehmensberaterin seit vielen Jahren. Ich zeige Ihnen in diesem Video anhand von konkreten Beispielen aus meiner praktischen Tätigkeit, was genau Unternehmensberatung für Sie und Ihr Unternehmen leistet. Denn sicher gibt es auch in Ihrem Unternehmen Fragestellungen, die professionelle Unternehmensberatung gemeinsam mit Ihnen rasch und effizient lösen kann. Die Basis in der Unternehmensberatung ist umfassendes betriebswirtschaftliches Know-how. Darauf aufbauend und mit zusätzlicher Spezialisierung auf bestimmte Themenbereiche begleiten wir Unternehmerinnen und Unternehmer bei ihren Herausforderungen im Bereich strategischer und operativer Unternehmensführung. Beispiele für betriebswirtschaftliche Themen sind Kostenoptimierung oder fachgerechte Bewertung Ihres Unternehmens. Aber auch Fragen der Kalkulation von Verkaufspreisen und Mindestumsatzüberlegungen gehören zu unserem Beratungsportfolio. Bei der Entwicklung der Zukunftsstrategie Ihres Unternehmens empfiehlt es sich immer eine Unternehmensberatung heranzuziehen, um den Expertenblick von außen zu erhalten. Zukunftsvisionen in Zahlungspläne und Liquiditätspläne zu übersetzen, zählt zu unserer täglichen praktischen Tätigkeit. Standortentscheidungen, aber auch Investitionsentscheidungen werden von uns professionell begleitet. Wir sind ideale Partner, wenn es um Finanzierungen und Förderungen geht. Ein weiterer Spezialbereich ist das Personalwesen oder Marketing und Vertrieb. Auch hier finden Sie einfache, effiziente und erfolgsorientierte Lösungen mit einer Unternehmensberaterin oder einem Unternehmensberater. Wenn Sie größere Projekte wie Organisationsumstrukturierung oder Anpassung planen, ist Know-how besonders gefragt. Berufsmäßige Weiterbildung ist für Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater eine Selbstverständlichkeit. Deshalb reagieren wir auch rasch auf Spezialthemen und bauen Expertenwissen auf. Ein Beispiel dafür ist das aktuelle Thema DSGVO, die Vorgaben und die Umsetzung der Anforderungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung. Doch abgesehen vom fachlichen Know-how und der Erfahrung liegt der zentrale Mehrwert der Unternehmensberatungsleistung für Sie darin, dass Ihnen dadurch eine professionelle, externe Sichtweise auf Ihr Unternehmen gegeben wird, die alle Prozesse und deren Zusammenhänge einschließt und Ihnen so die Möglichkeit gibt, Schwachstellen, aber auch Potenziale besser zu erkennen. Verlassen Sie sich auf unsere Fachexpertise und unseren respektvollen Umgang mit Ihrem Vertrauen. Testen Sie doch den Unterschied und kontaktieren Sie eine Unternehmensberatung. Sie finden Spezialistinnen und Spezialisten im Firmen A bis Z der WKO. Unternehmensberatung macht Zusammenhänge wirksam. Unternehmensberatung.de